Was sind konstruktive Gespräche? Wenn wir das mal anschauen, was die Möglichkeit von konstruktiven Gesprächen ist, dann bedeutet das natürlich zunächst mal, dass man sich gegenseitig zum Zug kommen lässt. Das heißt also, man spricht selber, der andere hört zu und umgekehrt, man hört zu und der andere spricht. Sich zum Zug kommen lassen heißt immer in der Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit haben, dass der andere so entstehen darf, wie er will und dass ich auch so entstehen darf, wie ich will. Also das ist auch eine ganz wichtige Absprache, die man vielleicht im Vornherein bei diesen Gesprächen treffen sollte. Sich natürlich wechselseitig zu ergänzen. Also ich ergänze etwas zu dem, was der andere gesagt hat und umgekehrt. Ich nehme das nicht unbedingt auf, was er gesagt hat, also nicht unmittelbar oder sofort oder in dem Sinne von konternd. Sondern ich ergänze etwas. Ich ergänze etwas zu einem Thema. Da ist es oft besser, man spricht über ein gemeinsames Thema, zu dem beide Stellungen nehmen können. Das ist ein großer Vorteil, wenn Menschen wechselseitig zu einem Thema Stellung nehmen können, also ihre Meinung äußern. Und dann ist das im Idealfall, im Optimalfall etwas Ergänzendes. Das bedeutet natürlich auch, konstruktiv zu sein, am anderen Menschen wirklich interessiert zu sein. Ich bin am anderen interessiert, ohne dass ich mich einseitig auf ihn einlasse, ohne dass ich mich einseitig in ihn quasi einschleiche, in Anführungszeichen. Aber dem anderen interessiert sein. Ich achte ihn, ich respektiere ihn, so wie ich mich selber eben auch achte und respektiere. Ich trage etwas dazu bei und der andere trägt ebenfalls etwas dazu bei. Immer wieder zulassen, dass einem der andere, der Gesprächspartner, etwas geben will. Der Gesprächspartner gibt dir etwas. Quasi im übertriebenen Sinne könnte das bedeuten, er schenkt dir etwas. Und genauso tust du das bei ihm auch. Und diese Haltung zu haben, ist wichtig. Nicht zulassen, dass der andere einem etwas geben will. Der will dir etwas geben. Der ist nicht gegen dich. Der will dich nicht überzeugen. Der will dich nicht rüberkriegen. Der will dich nicht in der Ecke treiben. Der will dich nicht belehren, sondern er gibt dir etwas. Er gibt dir etwas und du gibst ihm etwas. Natürlich das Gemeinsame entwickeln. Also es ist wichtig in der Haltung, dass man immer wieder darauf aus ist, dass etwas Gemeinsames entsteht. Das ist wie wenn man zusammen ein Haus baut. Wie man, wenn man zusammen ein Boot zimmert oder was auch immer, einen Spaziergang, eine Wanderung macht, etwas Gemeinsames zu entwickeln. Ich trage etwas dazu bei und der andere trägt etwas dazu bei. Also eine Gemeinsamkeit entsteht. Denn eine Gemeinsamkeit ist etwas anderes als nur das Produkt von Person 1 und Person 2 oder Person 3, wie viel auch immer daran beteiligt sind. Und dadurch natürlich gemeinsam zu etwas gelangen, also etwas Gemeinsames entsteht. Und das Gemeinsame kommt zu irgendeinem Punkt, zu dem wir alleine, separat, nicht gelangt werden. Das Eigen und das Fremde zu etwas Neuem machen. Wenn ich da bin und die andere Person da ist, dann entsteht daraus etwas Neues. Nicht etwas anderes. Und das ist ein interessantes Gefühl, wenn man diese Haltung hat und wenn man das dann auch bestätigt sieht, dass daraus etwas Neues entsteht. Das ist wie ein gemeinsamer Tanz auch, wenn ich diese Metapher an der Stelle bringe. Das heißt auch, Dinge entstehen zu lassen. Stehen zu lassen, auch in dem Sinne von stehen lassen. Jemand sagt etwas zu einem Thema und ich bin vielleicht nicht der Auffassung, unmittelbar diese Auffassung. Und dann lasse ich die Dinge erstmal stehen und kontre nicht sofort. Das Kontern ist ja oft eben das Sich-Verwickeln, der typische Disput, der Diskurs, die Auseinandersetzung, das Hin und Her, das Pro und Contra. Aber in aller Ewigkeit, wir sehen das immer wieder in Talkshows, unheimlich exerziert und dann kommt es oft zu keinen konstruktiven Ergebnissen. Also die Dinge stehen lassen zunächst mal und nicht sofort kontern sie. Vielleicht später, zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen, wenn man sich daran erinnert. Und wenn einem das für wichtig erscheint, für assoziativ wichtig erscheint, dann kann man das ja später wieder aufnehmen. Aber zunächst mal nicht darauf eingehen, vor allen Dingen auch nicht krampfhaft an irgendwelchen Stichworten oder Ausdrücken oder Gefühlen festhalten, sondern sie laufen lassen und sie fließen lassen. Das ist ganz wichtig. Oft entstehen Probleme daraus, dass man denkt, oh, das war aber nicht richtig und da hat er was Falsches gesagt und das hat mir wehgetan oder irgendetwas. Sondern in dem Fluss weiter sein. Dann kann es sein, dass die Thematik später nochmal da ist, aber nicht sofort darauf eingehen. Das heißt also nicht direkt auf das gerade Gesagte eingehen, sondern eben dann auch im weiteren Verlauf aufgreifen können, wenn einem das dann noch wichtig erscheint. Den anderen natürlich nicht in eine Ecke treiben. Also in dem Sinne von, ich entlarve dich jetzt mal, mein lieber Freund, ich führe dir mal vor, was du für ein Arschpolitiker bist, wenn wir das jetzt in der Politik sehen, das ist ja oft der Fall. Oder wenn Journalisten auf etwas Bestimmtes heraus sind und sagen, das ist ein Flüchtlingsfeind oder das ist ein Feind der Demokratie oder was auch immer. Es ist irgendwo ein Mensch, der hat eine vorgefertigte Meinung in dem Gespräch. Und die vorgefertigte Meinung möchte er gerne von seinen Gesprächspartnern auch bestätigt haben. Und er möchte, dass sie mit ihm mitlaufen und mit ihm d'accord sind und ihm eine Bestätigung geben. Das haben wir auch ganz oft in der Psychotherapie, wenn Klienten sagen, ja das ist mein Leben und sie versuchen einen dann in ihre Welt mit hineinzuziehen. Sie versuchen einen Kumpel zu finden, einen Buddy, einen Freund, wie auch immer man das benennen mag, der ihre Welt bestätigt. Und das ist natürlich nicht der Fall in einem konstruktiven Gespräch. Also den anderen auch nicht in eine bestimmte Ecke oder in ein bestimmtes Klischee treiben oder eine bestimmte Sichtweise, eine bestimmte Voreingenommenheit von vornherein zu haben. Das heißt auch, nicht auf etwas Bestimmtes in dem Sinne aus sein. Und vielleicht nur einseitig an einem Ziel oder an wenigen Zielen festzuhalten. Immer wieder offen sein, offen sein. Was fließt da noch, was ist da noch? Pausen lassen beispielsweise auch. Ein Gespräch muss nicht irgendwie eilig sein, schon gar nicht unter Druck sein, schon gar nicht unter Zeitdruck sein. Natürlich in einem Zeitrahmen, keine Frage, aber eben doch nicht eilig und irgendwie in diesem Zwang und in diesem Kontext, wir müssen da zu etwas kommen. Wenn man offen zu sein, offen zu sein heißt, ich bin für die Atmosphäre, für die Gefühle, für das, was zwischen den Sätzen, was zwischen den Worten liegt, offen, dann entsteht plötzlich ein ganz neuer Eindruck. Plötzlich entstehen ganz andere Umfassungen dessen, was ja durch Sprache ausgedrückt wird. Ich betone Umfassungen oder Durchdringungen dessen, was in der Sprache ausgedrückt wird. Das ist ja sehr vielseitig und vielschichtig, Stichwort freischwebende Aufmerksamkeit. In der Psychotherapie. Dann natürlich zuhören können, ohne unter Druck zu geraten oder den anderen unter Druck zu setzen. Immer wieder zuhören können, genügend Zeit haben, sagte ich schon, dem eigenen und dem anderen Aufmerksamkeit geben und Raum geben. Das ist das eigene, was ich jetzt jemand erzählen darf, wo er mir zuhört und das mir auch belässt und nicht gleich, wie gesagt, kontert oder einen Einfall hat oder sofort im Diskurs ist. Und umgekehrt auch, indem anderen diese Aufmerksamkeit und auch diesen Raum geben. Eher in seiner Art, in seiner Exploration, in seinem Nachdenken, in seiner Stellungnahme, zudem in der Entwicklung. Wie gesagt, das ist sehr konstruktiv. Da entsteht ein Konstrukt, ein wechselseitiges Konstrukt. Nicht führen wollen, sich aber auch nicht führen lassen. Es geht nicht darum, wer führt jetzt hier ein Gespräch. Das ist kein Fußballspiel, wo man sagt, oh, jetzt führe ich aber hier in dem Raum, diesem Torraum und da möchte ich jetzt ein Tor reinknallen und all das. Also das ist es nicht. Nicht führen wollen, nicht gewinnen wollen. Nicht sagen, oh, das ist meins, ich bin besser. Also diese Competition, diese Konkurrenz ist es nicht. Das ist keine Konkurrenz. Auf den Ausgang gespannt sein. Der Ausgang kann ganz unterschiedlich sein und wir können ihn nicht vorwegnehmen. Wir können ihn nicht antizipieren. Und wir können ihn schon gar nicht planen und sagen, ich möchte den und den Ausgang haben. Ich möchte den Klienten, diesen Menschen, diesen Freund, wie auch immer der Gesprächspartner ist, zu etwas Bestimmten führen. Nicht entlarven wollen, hatte ich schon gesagt auch und an anderer Stelle erzählt. Das ist so das Typische, auch die Haltung, ich entlarve mal diese Person. Ich habe eine Einstellung zu einer Thematik und zu einer Person und die führe ich jetzt mal vor. Die möchte ich jetzt entlarven und die wird also richtig vorgeführt, wie wir das auf den Talkshows haben. Das Ganze ist wie eine gemeinsame Reise, aber jeder kann eigenständig laufen und sich orientieren. Jeder läuft auf dieser Reise eigenständig. Jeder klettert eigenständig, um in dieser Metapher zu bleiben. Jeder bewegt sich auf seine Art. Ich bin vielleicht ein bisschen schneller und dann bin ich mal wieder ein bisschen langsamer. Dann kommt der andere da rein und so weiter. Es ist also immer ein gemeinsames Produkt, eine gemeinsame Konstruktion. Ich würde auch raten, zu sagen abschließend, keine Fragen stellen und keine Antworten erwarten, sondern offen zu bleiben. Und Fragen stellen tendiert ja immer dazu, auch eine bestimmte Richtung erfragen zu wollen. Etwas, was man vorhat. Da möchte man in einen Raum eindringen, der durch die Frage ja schon gefüllt ist oder schon bemerkt wurde. Warum denn Fragen stellen? Wieso denn immer wieder Fragen stellen? Sondern lass doch mal die Fragen weg. Wenn jetzt natürlich zufällig eine Frage auftaucht, dann ist das okay. Dann muss man sich da auch nichts tun. Weil grundsätzlich ist Sprechen etwas sehr Freies. Ein Gespräch ist etwas sehr Freiheitliches. Meines Erachtens ganz wichtig, dieser Freiheitsgrad, den wir haben. Und ich würde eher dazu raten, keine Fragen zu stellen und keine Antworten zu erwarten. Dann verlaufen meines Erachtens Gespräche viel konstruktiver. Das mal so aus ein paar Highlights oder ein paar Überlegungen dazu, wie man konstruktive Gespräche mit Menschen oder eher konstruktive Gespräche mit Menschen führen kann. Das ist eine Möglichkeit.